der Fertig das kommt hier nachher kommt kräftet Leiter das soll ich auch nicht wissen dass wir die haben wir haben Kraft an uns gefunden hier Ufi willst du nicht runter gehen? da kommen ganz viele Kopf Jungs yo 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 sieh sieh wir haben die besten Outrapper zu stehen oh da kommen Endfeel dürfen wir die killen alle? uff da kommt kein Endfeel Oh Shik Warte die Bombe Erzählbombe Warte wieder an Ja Wie will das denn? Nein Ja. Na guck mal, dass ihr mal. Ey, ich muss jetzt zu T忘 machen, tut mir leid, Jun. Will auf mitmachen jetzt der Altos, K.D. Da kommen sie, da kommen sie der Erste. Bitte auch keine Böse, bestimmt ein Langenbüter. Wo laufen die Langen? Ah, Kreisverkehr! Was hast du gemacht, Alter? Hä? Unser Taxi. Ja, wenn die Koster fahren, die so rau die. Und da ein Kreisverkehr ist. Ey, wo sitzt? Ja, tölt euch den Arm wieder. Ey, ich hab dir jetzt zweimal gehofft. Oh, da ist der Armie drin, Armix drin, ne? Töten! Wo ist der? Ah, ich werde erschaffen! Boah, das ist schon mal, wie viele... Äh, was sind die hier? Warte, ich hunde. Ich hab' Headshot gekriegt! Hundertachtundasie Meter, aber lebe noch! Was war das denn? Nein, den hatte ich nicht! Wer hat mir einen Headshot gegeben! Sniper! Den schau' ich jetzt in meinem Tessern! Warte, ich hab' her! Ich hab' her! Und da war es im Tessern Jetzt! Was ist der Mange der bloß? Ich hab' das mit uns geholfen! Ich glaube wir können ein Taxi nehmen und auch eine Kabel freien, oder? Ja, ihr habt es gewissen, weil sie sind alle mit der Sniper da hinten. Deswegen wollen wir jetzt da hinfahren, mit dem Auto wegforschen. Ich hab mal ne Frage an euch, ne? Wieso treffen die mich durchs Zuge Tor und so? Die stehen hinter der Sniper jetzt. Ey, du stirbst gleich. Nein, das ist ja der nächste, der was braucht. Schade. Ey, wo kann man sich hier hin gehen? Mann, du kannst hier mit den Leuten nicht auf DM-Tour gehen. Paddle. Warte. Paddle. Was soll aus dem Taxi rauskommen, Mann? Kannst nicht drüber springen, oder nicht? Alter, was hab ich Finch? Taktisch abflift. Ich hab ein richtig leines Ding und trotzdem die übelsten Sechs. Ja komm, die läuft eine, läuft eine, läuft eine. Die hören wir auch noch. Blackbox, Alter. Der wird übel, da musst du aussteigen. Ja, ich komm gleich wieder mit Sniper. Jetzt wird wieder schön gesnipert, Alter. Warten jetzt doch. Ich hab nur nen Deal. Oh, da haben die einen Trian. Die anderen Trian sind alle okay. Ah, wer ist da mit Monstershot? Timitoball. Oh, ich hab ihn durch. Alter. Tillich. Pass auf, ne? Boah, Alter. Jetzt mit dem Brains. Der eine mit Monstershot, Alter. Timitoball. Oh, John. Hab einen Headshot. Geil. Guck mal, die sind schon alle wieder tot. Heute noch 3 Minuten knapp. M10. M10 ist wirklich nicht hier. M10 ist nicht hier. M10 ist nicht hier. Oder? Ja.